Hallo liebe Tierfreunde, ich bin Cindy Walter und ich bin heute im Tierheim Freiberg. Seit meiner Jugend bin ich gerne im Tierheim und führe Hunde aus. Bis jetzt mit voller Leidenschaft. Ich bin Tierpflegepatin und spende monatlich Geld für unser Tierheim, um den Tieren zu helfen. Heute führe ich Quentin aus und den zeige ich euch, denn der braucht unsere Hilfe. Hier haben wir den Quentin, der ist seit April bei uns im Tierheim. Er ist anderthalb Jahre alt und er hatte auch schon Interessenten, die mit ihm Gassi gegangen sind. Beim Gassigehen ist aufgefallen, dass er Probleme mit den Hüften hat, dass er unrund gelaufen ist, sich immer hinten gesetzt hat und ausgeruht hat. Daraufhin wurde ein Tierarzttermin gemacht und es wurde festgestellt, dass Quentin ein Hüftproblem hat, was behandelt werden muss. Quentin bekommt derzeit Medikamente, einmal für die Gelenke und einmal gegen die Schmerzen und im Frühjahr soll dann die OP stattfinden, wenn wir sie machen können. Quentin ist noch ein sehr junger Hund und es liebt in der Natur des Hundes, sich gern draußen in der Natur zu bewegen. Durch die OP wird Quentin ein schmerzfreies Leben garantiert werden und es würde für uns die Vermittlung im Tierheim erleichtern. Bitte helfen Sie Quentin und seinen Fellfreunden mit einer Spende. Als Dankeschön erhalten Sie einen Kalender, einen Hundeknutscher oder Ihren persönlichen Schreinerstein. Mit dem Streunerstein spenden Sie nicht nur Geld für die Tiere, sondern Sie können sich Ihren eigenen Streunerstein anfertigen lassen. Das haben schon viele vor uns getan. Und auch ich als Tierpflegepartin habe hier meinen eigenen Stein anfertigen lassen. Den sehen Sie hier. Mein Stein gewidmet meinem Freund und meinen beiden Hunden. Liebe Tierfreunde, bitte spenden Sie für Quentin. Für seine Operation benötigen wir mindestens 6.000 Euro. Um auch seinen Fellfreunden helfen zu können, wünschen wir uns jedoch mindestens 12.000 Euro zu sammeln, um auch Ihnen die Fürsorge und Pflege zukommen zu lassen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.